Ein ganz aktueller Vorfall zeigt mal wieder auf beeindruckende Art und Weise, was Turbulenzen mit einem Passagierflugzeug anstellen können und warum es deswegen so wahnsinnig wichtig ist, den Sicherheitsgurt wenigstens locker, dauerhaft geschlossen zu halten. Wir quatschen mal ein bisschen über einen erkennender Flug vor zwei Tagen und über die Turbulenzen, welche die Passagiere auf diesem Flug durchmachen mussten. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Vor zwei Tagen war eine Boeing 777 der Air Canada mit 269 Passagieren und 15 Crewmitgliedern an Bord auf dem Weg von Vancouver nach Sydney. Das ist eine Verbindung, bei der man richtig viel Zeit über dem Pazifik verbringt. Auf Reiseflughöhe angekommen, flog die Maschine dann in für Piloten nicht immer direkt erkennbare und vor allem nicht immer direkt erklärbare Turbulenzen, sogenannte Clear Air Turbulenz, die wie der Name schon vermuten lässt, in klarer Luft auftreten, sodass sie nicht zwingend durch irgendwelche in der Umgebung stattfindenden Wetterereignisse oder durch gewisse Wolkenformationen identifiziert werden können. Laut Aussage der Passagiere fing das Flugzeug dann irgendwann an zu wackeln, die Anschnallzeichen wurden eingeschaltet und direkt kurz darauf sackte das Flugzeug so massiv durch, dass die Leute, die bis zu dem Zeitpunkt eben noch nicht angeschnallt waren, aus ihrem Sitz heraus oder aus dem Gang heraus nach oben an die Decke gedrückt wurden. Dabei wurden laut aktuellen Informationen der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA insgesamt 37 Menschen verletzt. Das ist eine ganze Menge. Die Piloten führten daraufhin eine Sicherheitslandung auf dem Flughafen von Hawaii durch, das heißt die Maschine ist nicht weiter bis zum Zielort geflogen, sondern musste dann zwischenlanden und 30 der eben angesprochenen 37 Menschen wurden dann auch ins Krankenhaus gebracht, wobei bei 9 Personen tatsächlich die Verletzungen sogar als schwer eingestuft wurden. Somit ist dieser spezielle Air Canada Flug wieder ein gutes Beispiel für unvorhersehbare, ziemlich brutale Turbulenzen, die dem Flugzeug an sich und auch dem sicherheitsrelevanten Equipment an Bord zwar keinen Schaden zuführen, die für Passagiere und für die Crew aber sehr gefährlich werden können. Die Fluggäste wurden auf Hawaii dann erst einmal versorgt, wurden dann in Hotels gebracht und sind mittlerweile wahrscheinlich mit anderen Flugzeugen auf dem Weg zu ihrem Zielort. Die Maschine ist gestern zurück nach Vancouver geflogen und wird dort jetzt sicherlich noch eine Weile weiter untersucht, bevor man das Flugzeug dann wieder zurück auf die Linie schicken wird. Keine Ahnung, wie lange das dauert und ob man da irgendwelche Schäden feststellen kann, denn es ist ganz klar davon auszugehen, dass Passagiere definitiv vor dem Flugzeug schlapp machen. Und das ist sicherlich für jeden sehr interessant, der vor genau solchen Situationen im Flugzeug Angst hat. Erst einmal muss man natürlich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, in eine solche Situation zu kommen, sehr, sehr gering ist. Obwohl das jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig befriedigend ist, damit Wahrscheinlichkeiten zu argumentieren. Aber die FAA gibt da eine Zahl von 40 Personen an, die sich auf US-amerikanischen Flügen pro Jahr im Schnitt aufgrund von Turbulenzen verletzen. Viel interessanter oder viel aussagekräftiger, viel wichtiger ist da sicherlich die Information, dass man sich vor solchen Verletzungen mit Hilfe seines Sicherheitsgurtes beispielsweise schützen kann. Und dass es sehr strikte Belastungsgrenzen gibt, die jedes größere Passagierflugzeug aushalten muss. Und zwar gilt für eben jedes größere Passagierflugzeug plus 2,5G minus 1G in Clean Configuration. Also ohne ausgefahrene Klappen, ohne ausgefahrenes Fahrwerk. Das muss ein Passagierflugzeug immer und immer wieder wegstecken können, ohne auch nur irgendeinen Schaden davon zu tragen. Und das hört sich jetzt vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel an, ist es aber tatsächlich. Und wenn man jetzt an den Air Canada Flug denkt, die haben sich da sicherlich kurz in den negativen G-Bereich bewegt. Aber wenn man mal bis zur Grenze geht, minus 1G, das bedeutet, dass die Passagiere mit ihrem eigenen Körpergewicht aus dem Sitz herausgezogen werden. Also es ist quasi so, als würde die ganz normale Schwerkraft wirken, nur halt eben falsch herum. Ziemlich unangenehm ist dabei, wenn man eben nicht angeschnallt ist, dass man dann höchstwahrscheinlich mehr oder weniger ungebremst mit dem Kopf zuerst da oben an die Decke prallt. Und da bleibt man eventuell dann auch noch eine ganze Zeit kleben, bis man dann wieder brutal zurück in den Sitz geschleudert wird. Joa, also man kann ja mal nicht mit den Füßen zuerst vorm Sofa springen, sondern mit dem Kopf. Dann hat man seine ganz persönliche minus 1G-Simulation fürs Flugzeug. Nein, macht das bitte nicht. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass die hier gesteckten Grenzen, die Belastungsgrenzen, die ein solches Passagierflugzeug noch ganz müde weglächeln kann, dass die für die Passagiere und für die Besatzung schon absolut unangenehm sind. Und wie glücklicherweise so oft in der Luftfahrt, und das kann man auch gerne, wenn man vor solchen Situationen Angst hat, im Hinterkopf behalten, wird da oben nochmal ein Sicherheitsfaktor obendrauf gelegt. Und der liegt hier bei 1,5. Es ist vollkommen normal, dass die erste fertiggestellte Zelle eines neuen Passagierflugzeuges oder eines neuen Flugzeuges generell, dass diese Zelle bei statischen Belastungstests zerstört wird. Denn nur so lässt sich wirklich herausfinden, was das Flugzeug, was der Rumpf der Maschine, was die Tragflächen des Flugzeuges, was das alles wirklich aushalten kann. Das zu berechnen ist ja schön und gut, aber um diesen Test, um diesen Zerstörungstest, kommt kein neues Flugzeug drumherum. Und jetzt Vorsicht für die Leute, die wirklich Flugangst haben. Hier sieht man mal die statischen Belastungstests einer 777. So sah dieser Strukturtest bei der Boeing 777 aus, also bei dem Flugzeugtypen, der hier für diesen Air Canada Flug verwendet wurde. Bei 154%, also beim 1,54-fachen des eben angesprochenen Limits, sind hier die Tragflächen auf beiden Seiten zerbrochen. Damit wurde der Sicherheitsfaktor hier erfüllt. Das aber auch nur mal so am Rande, da können wir gerne nochmal in einem weiteren Video ausführlich drauf eingehen. Ich wollte damit nur zeigen, dass es eben tatsächlich sehr strenge Grenzen gibt, die jedes Passagierflugzeug einhalten muss. Und deswegen lohnt es sich auch oder deswegen sollte man sich bei Turbulenzen an diesem fähigen Gerät festbinden. In Form eines geschlossenen Sicherheitsgurtes. Natürlich muss man irgendwann mal aufs Klo oder sowas, kann man ja auch machen. Dann aber hingehen, aufs Klo gehen, wieder zurückgehen und sich hinsetzen. Und den Sitzgurt wenigstens locker dauerhaft geschlossen halten. Machen Piloten übrigens den ganzen Flug über genauso. Am schwierigsten ist das natürlich für die Flugbegleiter, die einen Großteil des Fluges unangeschnallt durch die Kabine laufen müssen. Und deswegen auch häufig mit zu den Verletzten gehören. Aber auch die setzen sich hin, wenn es ihrer Meinung nach zu sehr wackelt oder wenn sie die Anweisung dafür bekommen, sich hinzusetzen. Also, wenn das Flugzeug wackelt, die Anschnallzeichen sind eingeschaltet, alle sitzen auf ihren Plätzen, dann nicht aufstehen und das Gepäck durchwühlen. Nur weil man meint, man kennt das ja mit den Turbulenzen, die können einem doch eh nichts anhaben als Vielflieger. Einfach sein lassen. Ich habe es auch gerne mal gesehen, dass Leute dann einfach die Gepäckfächer offengelassen haben. Warum? Einfach nicht machen. Und auch nicht darüber ärgern, wenn der Service mal wieder eingestellt wurde, weil es mal wieder nur so ein bisschen wackelt und mal wieder dann am Ende des Tages nichts passiert ist. Es gibt genug Beispiele, bei denen was passiert ist. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Ich freue mich wie immer auf Feedback zum Video und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis morgen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.